So. Hallo liebe FCH-Freunde. Hallo, auf einmal. Also wirklich, wir freuen uns so, wir auch über diesen tollen, fantastischen Sieg. Unglaublich. Besser ging es nicht, es wurde ja auch alles schon gesagt, fantastisch. Ja, und geschrieben und gefilmt und so, deswegen wollen wir gar nicht mehr auf diese Sensation eingehen. Aber ich denke, aller guten Dinge sind drei, kann man glaube ich sagen. Punkt eins, Sensation Nummer eins, der Aufstieg. Ja. Sensation Nummer zwei, der Sieg gegen Bayern München. Es fehlt nur noch die Sensation Nummer drei, nämlich der Klassenerhalt. Ja, wir bleiben in der Liga. Und den wollen wir vielleicht sogar schon, oder wenigstens einen großen Schritt dahin am Samstag in Bochum tun. Ja, das wäre möglich. Auf die drei Punkte, gegen Bochum, in Bochum, beim VfL. Weil hier kommt unser Song zum Spiel. Ja, genau. Viel Spaß. Der letzte Samstag, Wahnsinn pur. Der FCH bleibt in der Spur. 3 zu 2, Skandal im Bayernblock. Jetzt ruft Bochum, eins ist klar. Es wird nicht leicht für den FCH. Doch der Klassenerhalt ist greifbar nah. Ja. Wir kämpfen und siegen, das wird auch so sein. Die drei Punkte gehen nach Heim und Heim. Ganz egal mit welchem neuen Coach in Bochum. Und jetzt, Hudefach mit Bochum. Und jetzt wieder ein Traum, Hudefach mit Bochum. Für unseren Verein, für den Nächsten Jahr. Und wir werden dieses Jahr Geschichte schreiben. Ganz klar. Ja, wir werden dieses Jahr Geschichte schreiben. Jawohl.